ja das war dein fehler hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge diablo 3 reaper of souls season 1 hier in dem hochland an der hochlandkreuzung und ich muss hier natürlich den stand der kasra finden dem circle folgen und ich gehe jetzt einmal los du ja du allein ja natürlich nicht alleine ja dann geh doch verschwinde ich hab natürlich auch den christ dabei warte 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 ich komme special effect das war tagteam ja ich konnte aber nicht mehr feiern denn das hast du übernommen haben wir uns absolut schlecht warte da kommt einfach um die kurve nimmst ja die kurve perfekt in der innenkurve und driftet nicht raus gute kontraktion mit dem boden gehabt er hat die winterschuhe darauf gezogen und da hat er einen guten grip in der kurve und rutscht da nicht weg bleib stehen so wir müssen den den darunter kader finden kasa kas casa dadr laut des gasten formvoll bis displayed erbr portem cell der hoop lassen wir noch benötig kohaha die Zu drohen fliegen wir in den kleinen Baum rein Du doobest Stück Baum, du bist doch nur Holz Aus dir baue ich mein Schachbrett du doober Baum du Okay Ich schau mal ein bisschen zu Na du guckst nur auf meinen Arsch, lass das Ähm, das ähm, also ist das Dass du hier nicht wahr, du bist doof Da ist Grax Dunkelschatten, er ist Arkan verzaubert Und da ist noch so eine andere Bestie, die doof ist Legg mal mal Kreischen, mach Ja das Problem ist einfach mal, dass hier so Viecher sind, die meinen, die müssen hier alles zuglitzeln Und weglaufen, ich weiß nicht, wie viele Viecher Rena ist doch schon tot Oh mein Kreis ist weg Aua, 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 Arkan verzaubert Huiuiui, das war knapp Aua Nja Nja Oh da ist ja elegant wieder die Arkan-Fahrzeugung rübergepoppt Und Kreise Und dann merkt man, der Typ hat Skill Oh, Legendary Browshurt Jetzt wirklich? Ja, natürlich Würde ich dich anlügen Ja Ja Huuuuuuuuuuuuuuuuuuu Boing Hier zum Transmogifizieren Danke Danke So, jetzt lassen wir den Stab suchen Ähm Ja Ähm Ja bitte Ähm Gib dir ruhig da her Gib ihm her Aber die steht mir so gut, guck mal die haben meine Größe, die sollen das für dir passen hier Mein Schatz Gib her Äh Äh So passt das I Bisschen eng, ne? Ja Sehe ich genauso Ist sogar schon aufm Rücken aufgerissen Oh Ich hab das, das Ding hat zwei Sockel, cool, da kann ich jetzt was reinpacken Und zwar Widerstand gegen alle Schadensarten und Vitalität Ja, jetzt kommen die guten Sockelmeisterschaften hier, so Gesockelt, jetzt bin ich unbezwingbar Und ja, das sind kack Ehresteine, ich weiß das, aber die Rüstung werde ich sowieso nur 10 Level tragen Maximal Wenn überhaupt Wenn die überhaupt 10 Level Hier geblieben Okay Oh, ich hab keinen Zorn mehr Manchmal wünsche ich mir das Heranziehen wieder her von meinem Mönch Herangezogen Fettbeauty Dort heranziehen von meinem Mönch wünsche ich mir wieder her Da 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 Der uns wohnen konnte Ich sollte echt äh Komm ich, ich heil dich mal hier Ein Sänger werden Was geht denn hier oben ab? Hier ist ein Plateau Hier ist ein Plateau Das Lyceum Lass uns da reingehen Okay Ich geh schon mal rein Nein Okay Das ist ja genau so gehört sich das Du gehst ja nicht ohne mich rein Da ist ein Baum Ich hab Angst vor Bäumen Ich hab eine neue Fertigkeit Verschiebe Komm her Baum Hierher Genau Lass mich in Ruhe Baum Lass mich in Ruhe Oh Erdbeben Okay wir können rein Können wir? Ja Können wir Rein da Mach kaputt Fass Fass kaputt Okay You shall not fast Das wollte uns damit sagen Das wollte uns damit sagen Oh da hat auch der Sklonerona Der Schizzle Der Schizzle Ein Level Up Nyaaum Oh Pfff Pfff Epic Fail Nyaaum Mist Geburt der Hoffnung hab ich bekommen Ich brauche mehr Zeit Was ist das mit dem Lebensrack Der Schizzle Was hier muss ich gucken Dieses Herz Ja Cool Ich bin so schlau Kaputte piekt Hab ich putte piekt So was haben wir denn hier schönes Sammeln noch eine Genformat Nein Ich weiß es nicht Mhhh Nee Wir müssen 3 Rituale unterbrechen Hm Nein Was ist das da? Das bleibt auch erstmal Die Ritualisieren hier durch Das möchte ich nicht Ich möchte dass es aufhört Aua die tun mir weh Pfff Warte hier Kreisel Da kommen Da kommen Da kommen Dobe Blaue 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 Aber warum haben die alle Arcan verzaubert Was ist denn das? Das ist das neues Future Neues Future Neues Future Hauptsache Fuck up Alter ey Blaue War Schnell Ich bin Oh Ja Da ist er weg Eine neue Hose ist wieder ein neues Leben Ich mache mir langsam echt Sorgen. Ich habe eine neue Hose bekommen, das war der Grund, warum ich so sang. Du der Armdörer, ein döder Armdörer hier. Guck mal da unten, ich komme auch mal runter. Ach, kannst du jetzt auch sonst, weil ich auch mal runterkomme. Konnte ich auch vorher schon, aber ich habe nicht so eine Reichweite wie du. Zum Beispiel vorhin, bei der Spinnenhöhle konnte ich auch schon nicht runterspringen. Pferdchen! Was sagst du eigentlich zu seiner dunklen Höhlenbrut? Der dunklen Höhlenbrut? Ja, was da so deine Meinung zu ist. Ob du das gut findest oder man da was ändern sollte. Hm. Gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, wäre es mir eigentlich so gesehen egal. Ja, also soll es alles so bleiben wie es ist, ne? So gesehen ja auch, weil... Groß was ändern ist ja eigentlich, hm. Ja, eigentlich voll unnötig, ne? Ist ja alles super wie es ist. Biss ja schon. Gibt ja immer so Leute, die Banane. Banane! Schreibst du? Äh, der fette Baba ist so fett, der kommt nicht hinterher. Mach mal Witze drüber. Ich möchte dich schon wieder über deine ähm familiären... Ja, die haben ja, die kommen gar nicht mehr. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Erdbebe... Bring mal auf jede Stelle. Ja, ich musste hier grad erzgeben. Ich hab Handschuhe bekommen. Ich glaub, dass die besser sind, weil sie Geld sind. Ich hab eine blaue überlegt. Das heißt aber noch nichts. Ja, zwei, da wird nicht. Wir haben jetzt schon zwei von drei Ritualien unterbrochen. Ja. Oh, neue Schuhe. Sehr schön. So, so. Ist da oben was? Nö, die sind ja so komische Typen. Nicht der Rede war. Die müssen nur da hinten wahrscheinlich. Unten rechts lang gehen. Tipp ich jetzt mal, weil hier hinten drin ist ja nichts. Warte auf mich. Okay. Ich hab jetzt einen Ohrwurm. Super. Hast du toll gemacht, Chris? Ich hab ge... Ja, super gemacht. Einen schönen Ohrwurm. Das ist super toll. Danke. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, jetzt auch noch rausreden. Das ist immer das Gleiche. Das war's. Das, also... Na, wer halt mir die Schuld zu schieben, genau. Ja, ich hab mich selber dann einen Ohrwurm verantwortet. Was ist das für ne billige Ausrede, Chris oder so. Sofort. Das ist ja wirklich das Lächerlichste, was jemals gesagt hast. Wir lassen halt jetzt einfach mal alleine. Wir warten jetzt hier bis. Ja, dann abhauen. Dann abhauen. Das ist wieder so typisch. Dann gleich wieder um Hilfe rufen, ne, weil er nicht alleine kann. Ich brauch schon lange keine Hilfe mehr. Ja, ne gemaltete Seele. Bling. Wieso bekomm ich jetzt nur noch Crap? Ich weiß es nicht. Hm. Find ich nicht in Ordnung. Ah, Mini-Dungeon. Hier müsste eigentlich so ne Truhe jetzt rauskommen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Warum kommt da keine Truhe raus? Auf dem Rückblick? Ich weiß es nicht. Das ist ja doof. No, das ist ja voll gemein. Das ist ja nur der Vaust-Teleporteur verkauft. Aber wieso geht die Truhe nicht? Was ist das nicht? So was ist schon wieder nicht nett. Musste ich irgendwas einklicken? Das ist voll gemein. Ne, musst du nicht. Ich glaube, das geht nur einfach nicht. Ist sehr doof. Ich teleportier mich schon mal raus. Ah, okay. Warum macht die schon mal ab da draußen? Ach, wenn es weiter nichts ist. Ich mach ihm 17 Schaden, wenn er mich angreift, wegen Dornen. Irgendwann tötet er sich selber. Räft mich an. Oh, kann ich nicht warten. So, wie lange sind wir nicht schon dabei wieder? 13. 13, 13, 13. Dann finden wir am besten noch den Stab der Krasra. Ja. Mach du mal, ne? Ich such schon mal. Alles klar. Hier schon wieder ein Baum. Hier sind blaue. Echt? Ja. Blau, blau, blau. Hallo, blau. Die schubsen weg, die sind unfair. Ja. Oh. Ich glaube, mein Kreisel, dann geht er schon. Ich glaube, mein Erdbeen machen ganz schönen Schaden, muss ich sagen. Der ist schick, der ist schick, schick, schick. Okay. So. Guck mal. Ne, du hast jetzt eine legendäre Rüstung. Stimmt ja, brauch ich dir das nicht geben. Hat sich das schon wieder erledigt gehabt. Ich geh mal links oben lang. Alles klar. Oh, hier sind ganz viele. Ja, ich battle mal ein bisschen. Alles klar. Das war eine ganze Horde. Eine Horde. Ja, du machst das schon mal weiter, weil ich geh schon mal suchen wieder. Alles klar. Hier sind blaue, blaue. Blaue, hä? Okay. Ich glaube, hier ist noch so ein anderer Dungeon. Und zwar der Turm. Ja, mein Erdbeen macht die ganz schön kaputt, muss ich sagen. Easy. Nur was blaues gibt. Komm mal mit nach oben. Hier ist nämlich ein Eingang in den Wachtturm Ebene 1. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier eine Aufnahmepause. Genau. Genau. Und dann sagen wir... Ich halte das nächste Mal wieder ein, wenn wir DDR-Blo spielen. Ja. Und dann sehen wir uns im Turm hier wieder. Bis dann. Ganz genau. Ciao. 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 Ciao.